Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, GZSZ, Vorschau, Folge 7732, Donnerstag, 23. März 2023. Yvonne bricht mit Laura, Erik wird zutiefst enttäuscht. Als Laura versucht, Yvonne emotional zu erreichen, kommt es zwischen Mutter und Tochter zu einer letzten, schmerzhaften Auseinandersetzung, in deren Verlauf Yvonne schweren Herzens mit ihrer Tochter bricht. Erik kann es kaum abwarten, Toni endlich wieder in seine Arme zu schließen. Gerade weil er merkt, dass er sich immer noch zu Sarah hingezogen fühlt. Umso enttäuschter ist er, als Toni ihren Besuch wieder absagt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020